Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchiller und schaut mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um das Toy aus dem Winterhauch. Geschenken, die sich hinter mir befinden, die können wir ja ab dem 25. Dezember öffnen. Und das werden wir gleich mal tun. Zusätzlich wollen wir uns noch angucken, was es sonst noch gibt. Wir haben hier, glaube ich, fünf Geschenke, müssten es sein. Eins, die können wir einfach anklicken. Deswegen, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf, genau. Oh, warte mal, da hinten ist noch eins. Haben wir eins verpasst? Okay, dann müssten es sogar insgesamt sechs Geschenke sein, wie ihr hier seht. Die können wir jetzt öffnen. Da müsste ein Toy, ein Pet drin sein, das neu ist und ein paar alte Geschichten. Das Ganze könnt ihr übrigens als Hortler auch in Oakman holen, falls ihr das die letzten Jahre nicht eh schon gemacht habt. So, ich würde sagen, wir öffnen mal die Geschenke. Hier haben wir schon mal ein Spielzeug drin. Das ist das erste. Dann im zweiten Geschenk haben wir hier, wie schon die Jahre davor, so einen mechanischen Gorilla. Der interessiert uns jetzt nicht so. Mistelzweige, einen Zauberstab, auch uninteressant. Dann haben wir das neue Pet drin. Das müsste so ein kleiner Raptor sein. Was haben wir dann noch drin? Hier ein paar Lebkuchen und eine Weihnachtsmütze. Okay, auch uninteressant. Und dann noch ein Pet, das wir aus den vergangenen Jahren schon kennen. Eddon sagt, vier Gold ist jetzt nichts Tolles. Die werden jetzt wahrscheinlich halt auch im Auktionshaus recht oft auftreten und das dementsprechend fluten. Gut, wir gucken uns jetzt mal das Toy und das Pet einmal an. Ich würde sagen, wir schauen mal hier, wie das Ding heißt. Das schimpft sich Kranzerang. Und da können wir dann einem uns freundlich gesonnenen Spieler das zuschießen. Und er müsste das automatisch zurückwerfen. Das machen wir jetzt einmal. Den Kranzerang lernen wir. Dann suchen wir uns jetzt hier mal einen. Ich bin extra im War-Mode hier aktiv, da es nicht so viele Leute da sind. Weil sonst ist es hier immer ganz schön überfüllt. So, Kranzerang. Ach, okay, das ist so ein Kranz, den wir werfen. Ach, lustig. Also quasi so ein Weihnachtskranz oder Adventskranz, wie man auch immer betiteln möchte. Ja, nicht schlecht. Es hat tatsächlich was. Okay, und dann schauen wir uns hier noch das Pet an. Und zwar haben wir jetzt hier so einen kleinen Hüpfer. Moment, wo haben wir ihn denn? Bop, 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 bop. Hier haben wir ihn. Den packen wir auch noch aus. Sieht ganz cool aus. Passt jetzt irgendwie, zwar jetzt nicht so ganz zu Weihnachten, das Ding. Eher so ein bisschen zu Zulda sah. Aber das sieht ganz cool aus. So ein kleiner lila Raptor. Hat was auf jeden Fall. Schickes, kleines Pet. So, zusätzliche Infos. Falls ihr jetzt das hier 2020 verpasst habt und die Geschenke nicht geöffnet habt, warum auch immer, könnt ihr diese ganzen Belohnungen auch von den vergangenen Jahren bekommen, indem ihr bei diesem Goblin hier eine Quest macht. Und zwar müssen wir da ein gestohlenes Geschenk oder wir müssen halt gestohlene Leckereien besorgen von Metzen und beziehungsweise Metzen das Rentier. Müssen wir hier so einen Mob umhauen hier oben. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Da müssen wir so ein Yeti umboxen. Dann können wir das Rentier befreien, die gestohlenen Leckereien holen. Und hier gibt es dann ein gestohlenes Geschenk. Und da ist alles mögliche drin. Da sind auch die ganzen Belohnungen von den letzten Jahren drin. Denn jedes Weihnachten gab es ja quasi immer eine neue Belohnung, die man hier spielen konnte. Pets, Toys und Diverses. Und die kann man sich dementsprechend dann von den vergangenen Jahren holen. Das heißt, wenn ihr das jetzt später im Jahr schaut, das Video, dann müsst ihr halt ein Jahr warten, bis wieder Weihnachten ist. Und dann könnt ihr jeden Tag hier mit verschiedenen Chars diese Daily machen. Ich habe mir sagen lassen, dass man es nur mit Max-Level-Chars machen kann. Heißt, wenn ihr ein paar mehr Max-Level-Chars habt, macht es tatsächlich Sinn. So, was wir jetzt noch holen können, ist einmal hier neue Pepe-Verkleidung. Da klicken wir einmal drauf und dann haben wir eine neue Verkleidung für unseren Pepe. Der sieht dann genauso aus wie hier oben mit so einer Weihnachtsmütze. Ich dachte eigentlich, das gab es schon, aber es ist anscheinend neu. Und die haben wir uns jetzt auch noch eingetütet. Und ja, damit müssten wir alles vom Winterhauch fest haben. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Stuff haltet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.